Ich habe mir erlaubt, für den Tino ein Lied zu schreiben. Ein Lied über einen Wolf. Es gibt ja in der Biologie zwei Arten von Wölfen. Die freilaufenden Wölfe und die Big Band Wölfe. Oder wie wir sie nennen, die Big Bad Wolves. Und ich habe mir gedacht, mit den Wölfen heult man ganz gut. Das machen wir ja mehr oder weniger im übertragenen Sinne heute. Und Tino, dürfen wir uns den Oma für die nächste Nummer ausleihen, damit er mit uns heulen kann. Und die Beatrice, Beatrice ist auch dabei. Und wenn ihr Lust habt, singt mit. Ihr werdet die Stelle erkennen, an der ihr mithäulen dürft. Habt ihr Lust zu heulen? Hallo! Wasser raus raus! Das war's. 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 Das war's für heute.